Es gibt heute ein Full Face mit Make-Up-Neuheiten. Für mich ist generell alles, was ich noch nie ausprobiert oder in meinen Fingern hatte, brandneu. Ich starte mit dem Soft Glam Filter Fluid von Catrice. Und das gibt es schon eine ganze Weile. Das ist jetzt wirklich keine Neuheit. Ich wollte euch einfach nur sagen, was ich jetzt dafür benutze. Ich mag das total gerne. Es ist auch schon ungefähr, ja, fast halb leer. Ich benutze das jeden Tag, Leute. Ich liebe das Zeug, wirklich. Das ist so, so gut. Gut, ich habe zwei neue Foundations. Und zwar sind es die Leaf Foundations von Und Gretel Berlin. Ich habe noch nie ein Produkt von dieser Firma ausprobiert und habe mir die jetzt hier auch in zwei Farben bestellt. Das ist einmal die Farbe 1,5 und einmal die Farbe 1, um zu gucken, welche jetzt aktuell besser matcht. Ich packe die jetzt einfach mal aus. Es soll auf jeden Fall eine Foundation sein, die euch einen richtig schönen Glow schenkt und eine leichte bis mittlere Deckkraft haben soll. So im Tegel würde ich auf jeden Fall sagen, man kann sehr, sehr gut erkennen, hier unten drunter seht ihr es eben auch nochmal gut, dass die eine definitiv viel rosästichiger ist und die andere, die ist viel, viel wärmer. Und ich habe definitiv einen sehr, sehr warmen Hautunterton. Deswegen entscheide ich mich jetzt mal intuitiv hier für die Farbe 1,5. Und die habe ich noch nie auf dem Gesicht gehabt. Deswegen wird es jetzt auch für mich eine Premiere. Ich nehme jetzt hier erstmal nur zwei Pumpstöße. Die ist noch ein bisschen flüssiger, aber das mag ich. Das bedeutet meistens, dass sie auch sehr feuchtigkeitsspendend ist. Mh, mh Leute, die riecht richtig gut. Die riecht so ganz, ganz leicht nach Vanille. Ich habe nicht alles genommen, ungefähr die Hälfte und ich habe das Gefühl, das reicht mir schon. Mh, ich mag den Geruch so gerne, Leute. Das riecht so lecker. Kann ich gar nicht so richtig eher beschreiben. Das riecht halt wirklich sehr, sehr vanillig und richtig angenehm. Also zart vanillig. Es ist wirklich nicht zu viel und das ist einfach angenehm. Man wird irgendwie direkt wach. Es ist ja jetzt bei mir auch noch, ja, vormittags, sage ich mal. Aber gerade so morgens, wenn ich mein Make-up mache, finde ich das immer super angenehm. Wenn Produkte einfach gut riechen. Ist durchwachsen. Es gibt so ein paar Stellen meines Gesichtes. Hier zum Beispiel, wo sie so ein bisschen schlechter auf der Haut sitzt, muss ich ehrlich sagen. Also hier ist so eine Produktansammlung. Von der Deckkraft her wäre ich sehr zufrieden. Allerdings bin ich so mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt mal mit meinem angefeuchteten Beautyblender ein bisschen zu retten. Ehrlich gesagt klappt das gar nicht. Schaut mal hier. Habe ich überall die Produktansammlungen kleben. Ja, nee. Ehrlich gesagt mache ich das jetzt wieder runter, weil es mir echt überhaupt nicht gefällt. Das tut mir echt leid jetzt, aber so möchte ich es auf gar keinen Fall lassen. Ich bin nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Soft-Glam-Filter liegt, ob sich die zwei Produkte eben nicht vertragen, weil das ist keine Naturkosmetik und das ist Naturkosmetik. Ich nehme es jetzt auf jeden Fall runter, mache meine Base mit dem Soft-Glam-Filter nochmal und dann machen wir einfach weiter. Gut, das sitzt wieder. Übrigens möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich jetzt stattdessen benutzt habe, was für mich nämlich super in Kombination funktioniert, ist der Soft-Glam-Filter mit dem Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer. Moisturizer? Genau. Und den habe ich schon eine Weile in Benutzung und den mag ich total gerne und jetzt zeige ich euch das Ganze im Vergleich auch nochmal von der Nähe. Schaut es euch an. Ich finde, man kann es sehr gut erkennen. Das harmoniert sehr gut. Die Haut ist glowy. Es ist sehr viel abgedeckt. Ich habe mir noch so ein kleines bisschen Sommersprossen wieder aufgefrischt, weil ich das einfach total gerne mag. Und dann machen wir weiter und zwar mit dem Concealer. Den hier, den gibt es jetzt leider auch schon eine ganze Weile im Druckeriemarkt, aber ich wollte ihn trotzdem mit reinnehmen, weil ich ihn noch nicht kenne. Das ist der Age Perfect Concealer von L'Oreal. Und den habe ich jetzt schon öfters im Internet gesehen, beziehungsweise auf YouTube. Und der soll ja so ein richtig schönes, natürliches Ergebnis zaubern. Und ich benutze ehrlich gesagt kaum noch Concealer. Ich persönlich, ihr müsst immer gucken, wo habt ihr eure Augenschatten. Ich benutze den wirklich nur, ich habe heute eigentlich fast gar keine Augenringe. Ich bin eigentlich total zufrieden, aber so ein kleines bisschen Schattierung kann man hier in dem Bereich bei mir immer gut erkennen. Und da trage ich einfach nur so ein ganz kleines bisschen Produkt auf. Und Leute, für mich die Concealer-Routine zu verändern, war für mich ein absoluter Game-Changer. Ich habe wirklich angefangen, ganz, ganz wenig nur noch zu benutzen und wirklich nur noch an dieser Stelle, weil ich habe meine Mimikfältchen so ein bisschen links und rechts vom Auge, hier unten drunter. Und dadurch, dass ich das so mache, habe ich wirklich gar kein Problem mehr, dass mir das irgendwo hinrutscht. Ich konzentriere mich beim Verteilen des Produktes nämlich wirklich auf die dunklen... Oh, voll ins Auge. Auf die dunklen Schatten verteile mir das noch so ganz, ganz zart, also mit ganz wenig Druck sozusagen, hier am unteren Augenkranz, einfach weil ich da auch nochmal so ein bisschen Schatten habe und versuche aber ansonsten, das Produkt wirklich hier im Schattierungsbereich zu verblenden und auch zu lassen. Und das reicht mir schon und ich finde, das macht einen Riesenunterschied ohne viel Produkt, das euch dann am Ende des Tages irgendwo hinrutschen kann. Und ich bin jetzt auch inzwischen 31 und da muss man einfach so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel benutzt, weil sonst, ja, wandert es euch dahin, wo ihr es nicht haben wollt. Wenn das nicht frisch ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Guckt mal von der Nähe an das Ganze. Das ist wirklich mega cool. Das strahlt, die untere Augenpartie ist nicht mehr dunkel, es ist alles ausgeebenet, was man ausgeebenet haben will. Dann trage ich mir immer noch so ein bisschen meinen absoluten Favorite Concealer, den werdet ihr auch in meinen Jahresfavoriten im nächsten Video dann sozusagen vorgestellt bekommen. Der NARS Radiant Creamy Concealer, nee, Quatsch, das ist gar nicht, nee, Entschuldigung, der NARS Soft Milk Concealer, den trage ich mir hier oben auf, weil ich neige zu öligen Augenlidern und wenn ich nicht will, dass mir meine Mascara im Laufe des Tages überall abstümpelt, dann ist das tatsächlich meine Geheimwaffe, denn der ist eben matt. Wenn übrigens irgendjemand von euch da draußen einen Tipp hat, wie man Pickelmale schnell los wird, bitte schreibt es mir an dieser Stelle in die Kommentare. Ich habe noch nichts gefunden, ich probiere selbstverständlich Serien aus in meiner Abschmink- und Morgenroutine, die auch gegen Pickelmale helfen sollen, aber bisher war keins dabei. Wenn ihr irgendwas als Geheimtipp habt und mir einen Tipp geben könnt, dann gerne, gerne. Als nächsten Schritt habe ich hier ein Puder neu und zwar ist das eins von Physicians Formula, das Butter Glow Pressed Powder in der Farbe Translucent Glow und ich sage euch, ich habe das jetzt schon eine Weile in Gebrauch. Ich finde nämlich, klar sind das jetzt Neuheiten, aber ich probiere die trotzdem gerne ein paar Tage, bevor ich mich hinsetze und für euch Videos drehe aus, einfach damit ich euch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Im ersten Moment, bin ich ehrlich mit euch, war ich skeptisch, was das Produkt betrifft, weil es so eine obere Schicht hatte, die tatsächlich ein bisschen mit Glitzer versehen war und ich dachte, nee, ich werde mir ganz bestimmt nicht mein ganzes Gesicht setten mit einem glitzerigen Puder. Was ich allerdings total mag, ist, wenn es settet, also quasi euer Make-up an Ort und Stelle hält, aber noch so einen leichten Glow-Effekt hat, um quasi nicht so tot mattiert zu wirken und das tut dieses Puder sowas von gut. Ich liebe es und ich werde es euch auch noch gleich in einen Vergleich stellen mit dem Catrice-Puder, das ja so durch die Decke gegen uns jetzt auch aktuell sehr gehypt ist. Seht ihr das? Das sieht so schön aus. Man könnte es theoretisch auch als Highlighter verwenden, aber ich finde, dafür ist es mir persönlich fast zu wenig. Aber möchte euch noch ganz kurz das Soft-Glam-Puder, was ja gerade so durch die Decke geht, im Vergleich daneben swatchen und euch dann mal sagen, was mir da als Unterschied aufgefallen ist. und ich finde, das könnt ihr jetzt an den Swatches auch wirklich sehr gut erkennen. Die Leuchtkraft der beiden Puder ist ziemlich identisch, wobei mir der hier so fast schon noch einen kleinen Ticken mehr Strahlkraft hat, der von Physicians Formula. Aber was mir total gut gefällt an dem Physicians Formula Puder, ist, dass das einfach ein bisschen hautfarbener ist. Es hat ein bisschen mehr Strahlkraft als das von Catrice, aber es ist definitiv freundlicher, was meinen Hautunterton betrifft. Also ich finde, das hier ist manchmal wirklich wie wenn ihr so einen weißen Schien über euer Gesicht packt, was mir gar nicht gefällt. Das ist einfach gar nicht mein Ding. Ja, für die untere Augenpartie, um so ein bisschen zu setten, finde ich es ganz gut, aber ich finde das hier tatsächlich besser. Ich werde das jetzt auch mal so machen. Ich werde das auf mein ganzes Gesicht auftragen und das hier einfach nur mit einem dünneren, also dünneren, kleineren Pinsel auf die untere Augenpartie hauen, um so ein kleines bisschen Strahlkraft zu erzeugen. Dafür benutze ich das hier sehr, sehr gerne. Ich nehme dafür übrigens hier meinen Maxim Giacomo Catrice Le Pinsel. Den benutze ich total gerne. Okay, ich glaube, man kann es echt gut erkennen. Ehrlich gesagt, ich hoffe es. Es gefällt mir so gut, Leute. Also dieses Puder und ich habe es auch echt schon mit vielen Foundations in Kombination ausprobiert, auch zum Beispiel mit meiner Nabla Skin Realist Foundation, die ich total gerne trage. Auch einfach nur mit dem Soft Glam Filter, den ich ja eben jeden Tag auftrage und es funktioniert für mich wirklich immer. Ist ein hammergeiles Produkt. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das nächste Mal, ich glaube, im Rossmann gibt es im Standardsortiment Physicians Formula. Wenn ihr das nächstes Mal seht oder irgendwie die Chance habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist nicht ganz günstig, aber es ist wirklich, wirklich gut, wenn man eben sich nicht tot mattieren möchte. Ich finde, die Haut sieht aus, wie Haut für mich aussehen sollte. Wenn man es nicht wüsste, meine Meinung, dann sieht man nicht, dass ich was trage und die Haut sieht super schön ausgeebenet aus. Das andere von Catrice habe ich wie gesagt ganz leicht unter das Auge gegeben, aber da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil sonst, ja, das einfach so ein bisschen tot aussehen kann. Ah ja, noch ein wichtiger Punkt, denn jetzt kommen wir gleich noch zu Creme-Produkten. Ihr könnt übrigens über das Puder auch Creme-Produkte aller Art auftragen, ohne dass das irgendwie sich nicht verträgt und das finde ich auch mega cool, denn wir kommen jetzt weiter zu einem Produkt, das ich auch, es gibt es jetzt schon ein Weilchen, nicht allzu lange, aber das habe ich jetzt noch nicht sehr lange zu Hause und zwar, aber es sieht ehrlich gesagt schon so aus, als hätte ich es schon länger, weil ich es echt gerne benutze. Das ist von Cass, der Blush- und Highlighter-Stick, Moment, wo steht denn hier die Farbe? In der Farbe Bronze, genau. Und es ist ein Highlighter, der so, 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 so schön ist und ein Rouge, der ebenfalls so, 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 so schön ist. Und zwar, ich swatch die euch jetzt hier auch nochmal auf der Hand, der Blush hat so ein richtig, ja, wie soll ich das beschreiben, Backsteinfarben und der gibt der Haut ein so, so gesundes Aussehen und sieht auch sehr, sehr natürlich aus und der Highlighter, guckt es euch an, ist wirklich auch der absolute Hammer, weil es eben so ein bisschen sommerhafter ist, so ein bisschen mehr Bronzy und was ich total gerne mache, ich habe es ja jetzt eh hier auf der Hand, ich verteile mir das auf dem Handrücken, mische diese zwei Komponente, guckt euch das mal an, was da entsteht, nehmen wir den Pinsel, ich werde auch ein bisschen Blush ergänzen, Moment, schaut, so schaut das jetzt aus, nehmen wir den Pinsel, geht da rein und trage mir das dann hier auf meine Wange auf. Ihr könnt jederzeit nachnehmen, wenn ihr noch mehr haben wollt, das ist ja alles gar kein Thema und guckt mal, wie schön und einfach das ging, einfach aufgestippelt, wie ich immer so schön sage und es gibt einen so, so gesunden Glow und sieht so ein bisschen wie von der Sonne geküsst aus einfach. Ich belasse es jetzt auch dabei, weil ich habe hier gleich noch einen Rouge, einen Puder Rouge oder einen Puder Rouge von MAC, das ich euch natürlich auch noch zeigen will. Hushed Tone Extra Dimension Blush, der wurde von Paulina Mary, heißt sie auf Instagram, so in den Himmel gelobt und ich habe mir so viele Swatches online davon angeschaut und ich finde den auch so schön, weil der eben auch der Haut einen wahnsinnig schönen Glow verleiht und auch einfach dieses Bronzy, sommerliche, finde ich total schön und hier soll auch nochmal der Swatch für euch sein, seht ihr das? Das ist so eine Mischung aus auch wieder so ein bisschen Backsteinfarben, aber hat auch ein bisschen was Peachiges, hat auch ein bisschen was Goldenes und ich sage euch, auch der hat mich total überzeugt. Der sieht so aus und da gehe ich einfach so ein bisschen rein, klopft es ab und gebe mir den hier so on top. Und weil der einfach so einen schönen Glow macht, ihr seht aus wie von der Sonne geküsst. Ich sage euch, wenn jetzt hier die Sonne reinscheinen würde, dann wäre das schon echt ein Spektakel und der glitzert auch nicht grob. Das ist alles, was ich hier auftrage, hat nur Schimmer. Keinen groben Glitzer. Der absolute Hammer. Guckt euch mal an, diese Strahlkraft. Man braucht noch nicht mal den Highlighter gezielt jetzt noch on top ballern. Ich finde das so, wie es ist, wirklich schön. Dann machen wir weiter mit einem Lidschatten. Ich glaube, den gibt es noch nicht sehr lange. Allerdings hatte ich von dem eben auch noch nicht wirklich viel gehört oder gesehen. Und zwar ist es die Farbe Sweet Heat von MAC und ich sage euch, einer der schönsten Monolidschatten, die ich jemals in den Händen hatte. Und die Reflexion, ihr könnt es ja hier schon erkennen, ist wirklich der Hammer. Was ich an dem super schön finde, ihr könnt den aufbauen. Ihr könnt den stärker tragen, ihr könnt den weniger stark tragen. Der ist unglaublich cremig und es ist so ein schöner Farbton für einfach einen One and Done Shadow Look. Also quasi Pinsel oder Finger auftragen, fertig, ihr seid ready to go und es sieht aus, als hättet ihr richtig viel Mühe in euren Lidschatten gesteckt. Schaut euch mal die Farbe an. Das ist der absolute Hammer. Das ist wunderschön, finde ich, auch der Farbton, eben weil er genau die Mitte ist, nicht zu warm und nicht zu kühl für sämtliche Augenfarben, für Brauntöne, für Grüntöne, für Blautöne. Blautöne. Es ist wirklich so ein Ton, finde ich, der wirklich jeder Augenfarbe steht und deswegen liebe ich den. Ich habe ihn noch nicht so lange, ich glaube zwei Wochen und ihr seht, er ist schon gut benutzt, weil ich ihn wirklich gerne für den Alltag verwende, weil es eben so schnell geht und das machen wir jetzt heute auch so. Ich trage jetzt ganz einfach nur meinen Bronzer, egal welchen ihr nehmt, ich nehme jetzt hier den von Nabla, mit einem Blendepinsel einfach so ein kleines bisschen in der Crease auf und da müsst ihr euch noch nicht mal viel Mühe mitgeben und so ein bisschen noch am unteren Augenkran. Ihr seht, ich mache es wirklich schlampert und schnell und dann gehe ich hier mit dem Finger rein, trage mir den hier auf, verblende den noch ein kleines bisschen fertig. Den könnt ihr euch dann aufbauen bis zur gewünschten Intensität. Ehrlich gesagt, das dauert in der Früh, das dauert 30 Sekunden. Dann ist es fertig. Dann gibt es noch eine neue Mascara und zwar, die ist jetzt nicht neu im Sortiment, aber die ist neu im DM eingezogen. Die gab es ganz, 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 ganz viele Jahre jetzt nur noch in Amerika. Ich habe ganz oft schon versucht, irgendwie meine Finger dran zu bekommen. Es war aber eigentlich nicht wirklich möglich, weil in Amerika zu bestellen, finde ich immer wirklich schwierig. Das ist die Telescopic Mascara in der goldenen Variante. Aber die soll wirklich hammermäßig gut sein und L'Oreal Mascaras wissen wir, glaube ich, alle sind wirklich gut von der Qualität in der Regel. Und ich würde sagen, wir tragen die jetzt einfach mal zusammen auf. Ich zeige euch die verschiedenen Schichten, damit ihr seht, was das Ganze für ein Ergebnis macht. Das ist die erste Schicht. Das ist die zweite Schicht. Und das ist die dritte Schicht. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich ein bisschen angebarzt. Ich warte jetzt allerdings, bis es trocken ist und dann trage ich nochmal nach bzw. mache das weg. Ich muss sagen, ich verstehe schon, warum sie gerne gemocht wird. Sie gibt wirklich sehr, sehr schnell sehr viel Länge. Was mir allerdings fehlt, ist so ein bisschen Volumen. weswegen ich jetzt gleich nochmal mit meiner absoluten Lieblingsmascara, die noch geheim bleibt bis zu meinem Jahresfavoriten-Video, jetzt nochmal einfach drüber gehe, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu intensivieren, was die Fülle betrifft. Aber ganz ehrlich, ich weiß, warum in Amerika so viele die benutzen in Kombination mit ihrer Lieblingsmascara. Das sieht man nämlich da auch ganz, ganz oft, dass die mit der vorarbeiten, um Länge zu generieren und dann danach nochmal mit einer Volumenmascara in Kombination arbeiten. Das muss man natürlich mögen. Ich finde, es ist eine gute Mascara, aber mir persönlich reicht es vom Ergebnis her leider noch nicht aus. Okay, zu guter Letzt habe ich hier noch so ein paar Lippenprodukte liegen. Da ist auch ein Pat McGrath, eine Alternative für eine Lip Liner mit dabei. Und zwar hier habe ich einen von NYX. Das ist der Line Loud Lip Pencil. Die haben nämlich auch verschiedene Varianten. Hier habe ich die Farbe 05 Global CT10. Von der Farbe her ist es keine 1 zu 1 Geschichte. Allerdings, ich sage euch, von der Formulierung her finde ich, ist es absolut das Gleiche. Ich habe für den von Pat McGrath, ich glaube, über 30 Euro gezahlt, knapp. Und ihr kriegt halt dieselbe, exakt dieselbe Qualität hier von NYX. Und ich zeige euch die jetzt mal. Die Farben sind sich auch sehr, sehr ähnlich. Die Farben sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Hier habt ihr den von NYX und hier habt ihr den von Pat McGrath. Ich finde, auf der Lippe aufgetragen sieht man tatsächlich keinen Unterschied. Das zeige ich euch jetzt hier einfach auch nochmal an dieser Stelle. Ich trage jetzt hier auf dieser Seite den von NYX auf und auf dieser den von Pat McGrath und dann könnt ihr euch selber ein Bild drüber machen. Ich finde, wenn man es nicht weiß, sieht man kaum einen Unterschied. Der von NYX ist ein kleines bisschen dunkler, der von Pat McGrath ist ein Ticken wärmer noch fast und ein Ticken heller, aber wirklich minimal. Jetzt ist mir nur kurz mein Akku abgestorben. Und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, warum ich finde, dass es eine super Alternative ist. Was mir total gefällt an dem von Pat McGrath ist, dass der wirklich fest wird. Ihr könnt hier drüber reiben und da tut sich so gut wie gar nichts. Nee, ich glaube nicht mal irgendwas. Und das ist bei dem von NYX aber auch so. Wenn die sich einmal so ein bisschen gesetzt haben auf der Lippe, dann bleiben die da den ganzen Tag ungelogen. Ihr macht den morgens drauf und der ist nachmittags immer noch da. Das finde ich extrem gut und extrem hilfreich auch. Deswegen finde ich, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Alternative, die ihr euch mal angucken könnt, wenn ihr noch auf der Suche nach einem guten Lip Liner mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis seid. Ich habe hier tatsächlich jetzt auch noch ein paar Produkte liegen. Ich kann allerdings und will auch gar nicht alle mit ins Video reinnehmen. Ich will euch auch nicht überfordern. Aber ich möchte euch auf jeden Fall hier noch zwei von Essence zeigen und eins von L'Oreal. Die von Essence, die trage ich jetzt einfach mal oben drüber auf, einfach weil ich finde, dass die so super sind. Und zwar rede ich hier von den Tinted Kiss Hydrating Lip Tints von Essence und ich habe hier zwei verschiedene Farben. Ich werde mir die anderen Farben auch noch anschauen. Ich finde die unglaublich gut, Leute, weil die wirklich super angenehm auf der Lippe sind und euch fast den ganzen Tag einen Stain hinterlassen, der nicht zu doll ist. Also es ist nicht so ein pH-Reacting ging, sondern wirklich so ein richtig schöner Stain. Und ich habe hier am allerallerliebsten für den Alltag die Farbe 03 Coral Collada. Was das mit Coral zu tun hat, finde ich fragwürdig, aber für mich ist es eher so ein Rosé-Ton. Aber der ist wirklich richtig schön. hat eher so eine leicht mußige, wässrige Konsistenz. Also sehr, sehr interessant. Braucht so zwei Minuten, um sich zu setzen, aber dann hält der den ganzen Tag und ist vor allen Dingen angenehm auf den Lippen. Also ihr spürt den eigentlich gar nicht mehr. Wenn der mal sich gesetzt hat, dann spürt man den tatsächlich gar nicht mehr. Richtig krasses Produkt für das Geld, solltet ihr euch die auf jeden Fall mal angucken. Und ich hatte irgendwann mal in einem Aufgebraucht-Video euch dieses Produkt gezeigt, es nicht mehr nachgekauft, weil mir die Farbe jetzt nicht 100% zugesagt hatte. Allerdings reden wir hier vom Colorish Low Paradise Lippenstift von L'Oreal. Und zwar habe ich hier die Farbe 112 und das soll eine Alternative sein zu einem Yves Saint Laurent Lippenstift in der Farbe 44 Laverilly oder irgendwie sowas. Kann ich nicht zusagen, ich habe es original nicht hier, aber ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Rosenholz und Rosa. Und was ich an dem mag, den könnt ihr ohne Spiegel auftragen. Der ist, hat eine ganz leichte, zarte Deckkraft, gibt euch so ein bisschen so ein Gloss-Look, aber ohne zu viel zu sein. Ist ja gerade auch eh mega modern. So ein bisschen Glossy Lips mit einem Lippenstift, wisst ihr, was ich meine? Hat auch einen eher zarten, finde ich, eher angenehmen Geruch. Also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe für den Alltag, wie ich finde. Gut Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen in die Welt der neuen Produkte mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr würdet mich super unterstützen, wenn ihr mir an dieser Stelle ein Däubchen nach oben da lasst. Da freue ich mich sehr und es dauert nicht lang. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Ich hoffe, das nächste Jahr wird besser als das alte. Für jeden Menschen da draußen, für alle euch, die mir gerade zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste von Herzen. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!